Am Nachmittag des 10. Januar 1978 hört eine Frau aus Setagaya in Tokio in dem Mietshaus, in dem sie selbst wohnt und auch mehrere Wohnungen vermietet, eine Fensterscheibe bersten. Die 68-jährige Frau geht nicht sofort nachsehen und vergisst es sogar zwischendurch wieder, aber als sie etwa eine halbe Stunde später das Haus verlassen will und im ersten Stock an der Wohnung von Yuka Hasegawa, einer 22-jährigen Studentin, vorbeigeht, sieht sie, dass die kleine Glasscheibe, die alle Wohnungstüren im oberen Drittel haben, zerbrochen ist. Sie schaut durch die zerbrochene Scheibe in die Wohnung und sieht dort einen Polizisten. Er bemerkt, dass sie hereinschaut und öffnet die Wohnungstür. Der junge Polizist scheint ziemlich aufgeregt und im Stress zu sein und teilt ihr mit, dass die junge Frau, die in der Wohnung wohnt, ermordet worden sei. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der Polizist sagt zu der Vermieterin, sie solle sofort die Behörden kontaktieren. Kaum dass er das gesagt hat, verschwindet er aus dem Haus. Die Vermieterin findet das alles sehr merkwürdig und denkt, der Polizist müsste doch Selbstverstärkung anfordern können, falls tatsächlich ein Mord geschehen sei. Sie vermutet zunächst, dass es sich um einen falschen Polizisten handelt, da auch mehrere seiner Uniformknöpfe fehlen. Schließlich geht sie in die Wohnung hinein und stellt entsetzt fest, dass der vermeintlich falsche Polizist die Wahrheit gesagt hat, Juko ist ermordet worden. Die Frau ruft sofort die Polizei an. Als die Beamten eintreffen, finden sie im Schlafzimmer zwischen dem Bett und der Wand in einer Sitzposition eingeklemmt die Leiche der 22-jährigen Juko, die mit ihren eigenen Strümpfen erwürgt worden ist. Die Polizeistation Kitasawa übernimmt den Fall und richtet sofort ein Sonderermittlungsteam ein. Zu den Polizisten der Station Kitasawa gehört auch der 20-jährige Sumihiro Matsuyama, der eigentlich in einem Koban der Station Kitasawa arbeitet, also in einer sehr kleinen Polizeistation, die für ein bestimmtes Nachbarschaftsgebiet zuständig ist. Aufgrund des Mordes ist aber auch er zur Hauptpolizeistation gerufen worden. Matsuyama ist 1957 in Ibusuki in der Präfektur Kagoshima geboren. Seine Eltern hatten einen Friseurladen. Bereits in seiner Schulzeit ist Matsuyama relativ auffällig, da er öfter beim Klauen erwischt wird und mehrfach, auch wegen Diebstahl und wegen anderer Dinge, von der Schule suspendiert wird. Einmal wird er wohl dabei erwischt, als er in der Schule mit einer Schülerin schläft, wobei hier offen bleibt, ob dies einvernehmlich war oder nicht. Zumindestens ist er dafür mit einer Suspendierung von der Schule davongekommen. Außerdem steht er auch einmal vor Gericht und zwar wegen Motorradfahrens ohne Führerschein. Obwohl er es also selbst mit dem Gesetz nicht so genau nimmt, zieht er nach seinem Schulabschluss nach Tokio, um Polizist zu werden. Dort lebt er in einer kleinen Wohnung in einem Wohnheim für Polizisten. Seine Bekannten erzählen, er hätte nie eine feste Freundin gehabt, aber er sei wohl oft in einschlägigen Vierteln wie zum Beispiel Kabukicho unterwegs gewesen, wo er Frauen für ihre Liebesdienste bezahlt hätte. Am Abend des 10. Januar beobachtet Matsuyama nervös die Ermittlungen seiner Kollegen. Während zunächst der Tatort gesichert wird, wird die Vermieterin offenbar erst einige Stunden später genau vernommen, so dass die Informationen über den mysteriösen, zuerst anwesenden Polizisten erst recht spät bei den Ermittlern ankommt. Nachdem sie davon erfahren, kommt ihnen ihr Kollege Matsuyama sofort verdächtig vor. Er wirkt bereits den ganzen Nachmittag lang nervös, hat außerdem glasige Augen und sieht irgendwie anders aus als normalerweise. Also beginnen sie, ihren jungen Kollegen zu befragen. Dabei wird es dann für Matsuyama zunehmend schwieriger, seinen Aufenthaltsort an dem Nachmittag zu erklären. Er war alleine in dem Bezirk, in dem die Wohnung des Opfers liegt, auf Streife. Bei der Befragung durch die Kollegen gibt er dann schließlich zu, in dem Mietshaus gewesen zu sein. Etwa um halb fünf hätte er gehört, wie jemand eine Fensterscheibe an dem Haus zerschlagen hätte und er sei hineingegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Da die Wohnungstür offen gewesen sei, hätte er die Wohnung betreten und die Leiche von Yuko Hasegawa gefunden. Warum er nicht selbst Verstärkung gerufen hat, kann er nicht wirklich erklären. Seine Kollegen finden das alles ziemlich verdächtig, doch ihnen fehlen weitere Beweise. Doch dann fällt einem der Beamten plötzlich ein frischer Kratzer an Matsuyamas Wange auf. Als er ihn damit konfrontiert, gesteht Matsuyama plötzlich, die Tat begangen zu haben. Unmittelbar, nachdem er es zugegeben hat, steht er dann wohl auf und bewegt sich schnell in Richtung des Fensters. Seine Kollegen vermuten, er wollte Selbstmord begehen. Sie können ihn aber vorher überwältigen und verhaften ihn im Dienst auf der Polizeistation. Matsuyama schildert sein Vorgehen folgendermaßen. Am Nachmittag, als er unterwegs auf Streife ist, beobachtet er das betreffende Mietshaus von draußen. Er weiß schon ziemlich genau über die Hausbewohner Bescheid. Nachdem zwei Personen nacheinander das Haus verlassen haben, weiß er dann, dass in den Wohnungen auf der rechten und linken Seite von Yukos Wohnung niemand mehr zu Hause ist. Und er beschließt, dass die Situation günstig sei, um seinen Plan umzusetzen. Yuko Hasegawa kennt er bereits seit einem Routinebesuch im letzten Sommer. Matsuyama hält sie laut eigenen Angaben für äußerst attraktiv und sagt, dass er sich in sie verliebt hätte. Zwei Tage zuvor, als er mal wieder in Kabukicho war und sich dort einen Pornofilm angesehen hat, hätte er plötzlich intensiv an Yuko denken müssen. Während der Arbeit am 9. Januar hätte er dann bereits beschlossen, seinen Plan am nächsten Tag in die Tat umzusetzen. Er klingelt bei Yuko und sagt, er mache einen routinemäßigen Besuch. Das ist an sich in Japan nicht so unüblich. Die vielen kleinen Polizeistationen, Koban genannt, wo auch Matsuyama arbeitet, sind meist nur von ein bis zwei Beamten besetzt und für ein bestimmtes Nachbarschaftsgebiet zuständig. Meistens kennen die zuständigen Beamten die Bewohner ihres Gebietes sehr gut und kommen auch schon mal vorbei. Das ist dann nicht unbedingt als Kontrollbesuch zu verstehen, sondern tatsächlich, damit die Bürger sich sicherer fühlen und ihre Ansprechpartner kennen, wenn mal was ist. Und auch damit die Polizei weiß, wo sind Leute zugezogen oder weggezogen und so weiter. Laut der japanischen Polizei sind diese kleinen Polizeistationen in hohem Maß daran mitbeteiligt, dass die Kriminalität in Japan vergleichsweise gering ist. Naja, dieses Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung nutzt Matsuyama beim Besuch von Yukos Wohnung am 10. Januar schamlos aus. Yuko hat vermutlich sogar Bedenken, ihm die Tür zu öffnen. Ihr Verlobter, der noch in einem anderen Apartment wohnt, sagt nämlich nach der Tat aus, dass Yuko ihm erzählt hätte, dass der Polizist aus dem örtlichen Koban hin und wieder durch das Glasfenster in ihre Wohnung schauen würde. Ihr Verlobter rät ihr daraufhin, es gelassen zu nehmen, da es sich nur um einen Polizisten handeln würde, der seinen Job zu ernst nimmt. Wahrscheinlich ist Yuko daher eher genervt, als er klingelt, anstatt wirklich Angst vor ihm zu haben. Immerhin ist es ein Polizist in Uniform. Nachdem Matsuyama dann kurz mit ihr gesprochen hat und sie eigentlich gerade im Begriff ist, ihre Tür wieder zuzumachen, zwängt er sich durch den Türspalt und stößt Yuko in ihre eigene Wohnung, wo er dann versucht, sie zu vergewaltigen. Da sie sich aber heftiger wehrt, als Matsuyama es erwartet hat, schlägt er sie nieder. Dabei zerschlägt Yuko, als sie versucht, sich zu wehren, die Scheibe in ihrer Wohnungstür, was ja von der Vermieterin gehört wird. Blut von ihr, da sie sich wohl beim Zerschlagen der Scheibe verletzt hat, kann noch auf Matsuyamas Polizeiuniform festgestellt werden. Dann stranguliert er sie mit ihren eigenen Strümpfen. Nachdem er sie umgebracht hat, vergeht er sich an ihrer Leiche, die er dann zwischen Bett und Wand eingeklemmt sitzend zurücklässt. Nach der Tat beginnt er, die Wohnung zu verwüsten, um das Ganze wie ein Raubmord wirken zu lassen. Dabei wird er dann, wie wir wissen, von der Vermieterin durch das kleine Fenster in der Tür gesehen. Weiterhin gesteht er noch, während seiner Streifengänge bereits in mehrere Wohnungen und Häuser eingebrochen zu sein und Geld- und Wertgegenstände gestohlen zu haben. Alle diese Wohnungen hätte er zuvor, während er auf Streife war, beobachtet und ausspioniert, um die günstigste Gelegenheit zu nutzen. Die Tatsache, dass ein uniformierter Polizist im Dienst eine junge Frau in ihrer eigenen Wohnung überfallen und getötet hat, sorgt für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Daher werden die routinemäßigen Besuche der Koban-Polizisten in der Nachbarschaft vorübergehend ausgesetzt. Es gibt in Japan auch eine gruselige urbane Legende, die bereits seit einigen Jahrzehnten erzählt wird und im Zusammenhang mit dem Vorfall wieder an Popularität gewonnen hat. Eine Frau beobachtet eines Nachts von ihrem Fenster aus eine schwarz gekleidete Gestalt, die in einen nahegelegenen Park rennt. Sie denkt sich nichts dabei und vergisst ihre Beobachtung auch gleich wieder. Am nächsten Tag klingelt ein Polizist bei ihr und sagt, es habe in der Nachbarschaft einen Mord gegeben. Er fragt sie, ob sie etwas gesehen hätte. Die Frau ist erschrocken und verneint. Am nächsten Tag klingelt der Polizist erneut und stellt wieder die Frage, ob sie wirklich nichts gesehen habe. Wieder verneint die Frau. Abends sieht sie einen Fernsehbericht über den Mord in ihrer Nachbarschaft und plötzlich fällt ihr wieder die schwarz gekleidete Person ein, die in den Park gelaufen ist. Sie beschließt, dem Polizisten am nächsten Tag sollte er erneut vorbeikommen, von ihrer Beobachtung zu erzählen. Doch dazu kommt es nicht, denn als die Frau am nächsten Tag den Fernseher einschaltet, erfährt sie in den Nachrichten, dass der Täter gefasst wurde. Ein Foto von ihm wird eingeblendet. Die Frau stellt entsetzt fest, dass es sich um den Mann handelt, der als Polizist verkleidet bei ihr geklingelt hat. Zwar etwas vorhersehbar, aber kein Wunder, dass nach dem Mord an Yuko viele wieder an diese Geschichte dachten. Sumihiro Matsuyama wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Da die Tat bereits 1978 geschehen ist, ist es möglich, dass er inzwischen auf Bewährung entlassen wurde. Aber falls dies der Fall sein sollte, ist es nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Im Jahr 2009 jedenfalls war er noch im Gefängnis, da damals bekannt wurde, dass er von der Haftanstalt in Tokio in ein medizinisches Gefängnis in Hachioji verlegt wurde, da er anscheinend verschiedene psychische Störungen hat, was eine Entlassung auf Bewährung auch eher unwahrscheinlich macht. Da Matsuyama die Tat im Dienst verübte, zahlt die Stadt Tokio, bei der er ja angestellt war, außerdem eine Entschädigung in Höhe von 43 Millionen Yen an Yukos Familie. Der Polizeichef in Tokio tritt infolge des Vorfalls zurück, um Verantwortung zu übernehmen, dass ein Polizist im Dienst eine solche Tat verübt hat. Außerdem werden die Überprüfungen von Polizistenanwärtern in Japan nach der Tat stark verschärft. Lasst wie immer gerne eure Meinung zu dem Fall unten in den Kommentaren. Falls ihr meinen Kanal über ein Abo hinaus unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Die Links dazu findet ihr unter jedem meiner Videos. Das hilft mir vor allem dabei, die Kriminalfälle hier auf YouTube mit allen Details, die dazugehören, wiedergeben zu können, ohne dass ich wichtige Fakten zensieren muss. Und ihr bekommt für eure Unterstützung natürlich auch was. Also schaut mal vorbei. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Undir beiseite. Bis zum nächsten Mal.